Seit 1991 wirtschaften wir hier auf ca. 1190 Hektar Land. Die Milchproduktion ist hier schon immer zentral ein Standbein gewesen der Agrargenossenschaft und die letzten 30 Jahre im Altgebäude unter den Bedingungen der ehemaligen DDR. Hier im neu gebauten Stall sind es jetzt 496 Kuhplätze, in denen wir das Tierwohl in den Fokus gestellt haben. Wir haben einen verbreiterten Laufgang oder mehrere verbreitete Laufgänge gemacht. Wir haben rutschfeste Böden hergestellt aus Gussasphalt. Wir haben die Liegeboxen alle auf 1,30, also einen sehr hohen Kuhkomfort realisiert. Flexible Liegeboxenbügel waren uns sehr wichtig, um das abliegen, das vernünftige Aufstehen gerade der Alt- und Großtiere zu gewährleisten und das ist uns mit den Liegeboxen von Easyfix sehr gut gelungen. Hier sieht man die wunderbare Beweglichkeit der Bügel und sehr zufrieden sind wir auch extra mit diesen Gummikratzern. Jede Kuh hat eine Möglichkeit in jeder Box sich das Genick zu kratzen und sie nehmen sehr erstaunlich. Viele nehmen das auch wirklich an. Die Liegeboxenbügel sind so flexibel und angenehm für die Tiere, dass sie sich egal in welcher Position gut ablegen können, nirgendwo Druckstellen haben, nirgendwo Anstöße, dass sie die Boxen am ersten Tag sofort gut angenommen haben, obwohl sie im alten Stall aus Tiefstreu kamen. Wir haben uns in diesem Stall ganz bewusst dafür entschieden, alle drei Farben von Easyfix zu nutzen. Wir haben unsere Gruppen aufgeteilt in Farben. Wir nennen sie Blau, Grün und Rot, damit die Mitarbeiter in ganz kurzer Zeit sofort wissen, wo steht welche Kuh und wir im Kollegial uns darüber unterhalten können. Das macht das ganze Arbeiten wesentlich leichter. In Gruppe Blau haben wir jetzt die Jungkühe eingestellt. Dort kommen sie nach 30 Tagen nach dem Abkalben circa rein und bleiben dort bis zum Trockenstehen. In Gruppe Rot vorne sind die ganzen frischen Kühe drin, direkt nach dem Kalben bis zum circa 30. Tag. Und dann haben wir die Gruppe Grün. Dort kommen die ganzen Zweitkalbs- und Mehrkalbskühe rein, um wirklich den Stress möglichst gering zu halten in der Gruppe und jedes Tier den individuellen Platz zu bieten. Bei uns auf dem Hof produzieren wir selbst unsere Futtermittel größtenteils. Wir füttern drei Mal am Tag unsere Kühe, morgens, mittags und und späten Nachmittag nochmal. Wir haben uns im neuen Stall dafür entschieden Melkroboter einzubauen, um die Arbeitseffizienz zu erreichen und haben über den Neubau und den ganzen Komfort der Tiere haben wir eine Leistungssteigerung von über 2.000 kg je Kuh erreicht. Wir hatten im Altgebäude 8.000 und jetzt schon bei fast 10.000 kg. Wenn ich einen Rundgang in den sehr frühen Morgenstunden mache, wo alle Kühe die Möglichkeit haben zu liegen, nutzen sie es auch aus. 99,9 Prozent der Kühe liegen tatsächlich die gesamte Zeit und dadurch bin ich sehr zufrieden mit dem Easyfix Liegeboxenbügel, da die Kühe zufrieden sind und damit bin ich zufrieden.